Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Niferspeed Cabo und wir machen wieder weiter so mal gucken was wir jetzt machen müssen haben wir schon die hälfte des Spiels auch schon durch schon mal ganz nice und wir sind jetzt immer im Wulfgebiet wir schaffen jetzt ja natürlich erst fertig mal gucken ja genau morgen bin ich ja gar nicht da morgen bis übermorgen bin ich nicht da ich bin beim großen Engelern deswegen gibt es dann kein Video leider ich will die einen verschöpfen ich nehme mich hier total weg hier so hm ja wo Wo? Ah, diese Snavel sind ja alles. Gitter Platz, das ist gar nicht gut. Das ist ein Scheißergang hier zu gewinnen. Das ist sowieso cool. Wo wir einfach zu viel sein müssen. Wir müssen gewinnen. Und dann sind auch ein bisschen gute Wärme. Ah, geht doch. Ja. Wo? Jetzt aber. Ja, davon ist der erste Platz. Den müssen wir bekommen. Der Sprech ist noch nie zu. Er macht einen Fehler. Können wir hier durchfahren. Äh, ok. Loll. Der Platz ist ja noch nie. Wir gucken jetzt mal. Mal kurz. Ich weiß, es will grad jemand überholen. Ja, auch nie geschafft. Was da? Ja, super. Ich hab ihn damit zu verlieren. Aber nee, er hat nicht mischt. Ein guter Hexspieler. Eine Chance zu überholen. Ein bisschen Vorsprung. Es waren noch viele. Aber immer etwas. Ja. Und wieder ein Auto durchziehen. Und davon ist schon das Ziel. Sehr gut. Haben wir sehr gut im ersten Versuch. Ein Auto mitnehmen. Ein Auto mitnehmen. Und schnell ins Ziel fahren. Sehr gut. Doch, man hat schnell gewonnen. Wir haben neuer Fall geschaltet. Fahrwerk. Stufe. Zwei Straßenpaket. Was haben wir jetzt? Ah. Forscher Cayman S. Jo. Cooler Wagen. So. Jetzt fehlen nach zwei Gebiete. Dann haben wir auch schon bald wieder Wulf. Der Wulf im Schafpals. So. Gut. Kopf habe ich nicht. So. Dann gehts schon weiter. Um den Rundkurs rennen. Ich nehme halt einfach alle Rennen mit, die es geht. Weil dann, ja. Wenn wir dann am Ende noch das Geld für den neuen Wagen haben. Das Geld ist hier schon fertig bekommen. Das ist sehr viel. Deswegen. Das ist eh Rundkurs. Also haben wir noch nicht Zeit. Ich hab's schon überholt. Jetzt kommt mein Ziel ist da vorne. Jetzt kommt mein Ziel. Ich hab's schon mal dran. Ich hab's schon mal dran. Ich hab's schon mal dran. Sehr gut. Nee. Erste Martin. Okay. Also aus wie Mercedes. Schon mal ganz gut. Oh. Nein. Nein. Wir haben das. Hier haben wir jetzt roter. Mach's auf. Mach's auf. Mach's auf. Mal nach hinten. Mach weiter. Ich blockier die Typen. Ich blockier die Typen. Ich blockier. Gut. Etwa. Nicht gleichzahler werden. Die sollen schön uns zu tun bekommen. Ich blockier die Typen. Okay wir sind nach am ersten Mal hin. Wir sind sozusagen schon mal weg. Okay. Ich blockier die Typen. Sehr gut. Wir müssen sie mal drehen und dann passt alles. Ja gut. So kommt der mit euch, ne? Ja, ich abholz sie hier. Wo? Weg. Schon. Wollen wir schon dann bleiben? Und noch das Ziel. Also, die nächste Runde. Hier wird bestimmt die Sprenge aufstammen. Ah, da wird schon so. Ne? Die Sprenge auf der anderen Seite. Zwei. Zwei. Nein, erster Mann. Zwei. Zwei. Da bin ich auch schuldig. Eine Cop zähl mir aufben. Ich bin unten rein. Da sind noch viele Cops am Start. Alles ist so einfach. Vielleicht gibt es nicht viele Cops. Er ist mehr Nebel. Ich habe so viel zu besserem reagiert. Auf der dritte Seite. Hinter Deiter. Wo soll er mit Deiter? Wenn man das eh und das eh hat, glaube ich später. Egal. Gut. Hätten wir den Hintermann getroffen. Dann haben wir uns noch Kuffer. Das ist auch schon mal eine gute Kombination. Wenn wir Glück haben, gewinnen wir das noch. Wenn wir Glück haben, gewinnen wir das noch. Auch wenn wir gewinnen. Oh, Kotz. So, passen. Wir kommen sehr gut mit dem Wagen auch gut voran. Das ist echt geiler Wagen. Sehr gut. So, man hat den Boss versiegt. Dann hat er natürlich auch auf gleiche Beteilige aufgenommen. Obwohl ich halt nicht falsch bin. Passen. Durch. Wir kommen jetzt. Den Fehler bauen jetzt. Ich bin schon bald beim Ziel. Ich bin schon bald. Ich bin schon bald. Wir haben gewonnen. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur den Cops einkommen. Aber jetzt haben wir andere Probleme. Wir haben neu freigeschaltet. Corserie. Kit. Paket 2. Okay. Ist noch schnell gekommen. Dann gehts weiter. Das geht ja noch schnell. Das geht ja noch schnell. Das geht ja. Das geht ja noch. Und dann geht's. Ich bin auch nicht. Kontrollen, ein paar Wände noch. Ah, nicht so schnell. Neville hat so ein bisschen Schuppeln eben hier. So, das müssen wir ja so gut halten. Gut, gut, gut. Ich weiß nicht, wie wir jetzt durchziehen. Aber leider auch nichts. Ah, jetzt sind wir erst da. Okay, ich war erst da. Ich muss mich aufbauen. 497 aus. Ja, das ist gut. Ich muss mich aufladen. Jetzt durchziehen. 180. Oh, super Jump. Das sind wir super Jump. Super Jump. Super Jump. Super Jump. So, okay. Da wäre es schon. Echter? Nein. Achtung! Alle Einheiten. Hör meinen Notruf bezüglich eines Rasers. In Fahrtrichtung Süden. Ich brauche vor Ort eine freie Einheit. Das sind sehr gut gemacht. Sehr gut. 180. Achtzig. Oh, gut. Wir sind jetzt erstmal erst auf Kräme. Ich bin jetzt der letzte Blitzer. Okay. Er will es wieder erster. Wer will uns für Sieg gönnen? Er will uns weiterkommen. Wir können Sieg gönnen. Wünsche nicht auf der selben Seite sind. Egal. Zone 2. 1075. Und diesmal. Sieg von mir. Diesmal sehe ich. Gewonnen. Sehr gut. Jan und sehr nice. Neufall geschaltet. Nitro und Reifen. Stufe 2 Profi Paket. Nein. Auch jetzt nicht. So. Letzteren hier in diesem Gebiet. Hier. Das kleine da. Und Sprint ran. Ich weiß nicht ob wir heute noch zum Boss kommen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Können knapp werden Leute. Können knapp werden. Wir? Ich bin jetzt einfach nicht so zu machen. Ich habe nichts für mich zu sagen. Ich habe nichts für zu machen. Ich bin jetzt schon mal zu machen. Ich bin natürlich dran an den LX-CV. Ich muss ihn mal verlieren, weil ich fast bin. Ja, geht fast. Warte kurz, wir müssen uns was gucken. Ok. So. Verkappt. Und noch ein Blatt. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt werden wir noch einen anderen Blatt machen. Dann Blatt ist sehr gut. Jetzt werden wir gucken, ob wir auch gut zum Ziel kommen. Alles flach. Wir haben schon eine Strecke. Noch 2% Strecke. Ah, hier ist 5. jetzt. Noch eine 5er Fische. Jetzt kommt der Blatt zu mir. Oh Mann. Der Blatt ist schon überholt. Oh nein. Da muss ich kurz eine noch überholen werden. Sehr gut. Ich habe es wieder gemacht. Fahrer des Farbisches Skills würde ich sagen. Obwohl ich gewonnen hatte, werde ich schon lange geknallt. Ja, gewonnen ist gewonnen. Wir haben neu freigeschaltet. Karosserie Kit. Paket 3. Ok. Oh, das Gebiet haben wir jetzt. Eingenommen. Getriebe Stufe 2 Profi Paket. Sehr gut. Nächstes Rennen. Jetzt haben wir noch die 3 Rennen. Dann haben wir das Gebiet schon mal fällig. Ich kann mich vielleicht noch Dunbar schaffen. So. So. Jetzt müssen wir hier rum. So habe ich zu tun erstmal nicht mehr. Weil dann können wir dann das Geld lieber aufspannen. Von neuen Waren. Wir haben ja eh gefällt den Boss. Ausspannen total. Da schweigen wir uns dann ein bisschen Geld. Wir können dann direkt in den Stufe 3 Waren fahren. Und damit freischalten. So. So. Und jetzt sind die Erste. Und dann sind die Erste oder die Erste. Dann sind die Erste. Das ist noch nicht zu lange. Gut gemacht hatte. Ich bin der Erste, äh der Zweite Mann. So, hat er schon mal die erste Achtung. Die Runde ist jetzt nicht so lange. Geht auch nicht noch. Die Runde ist jetzt nicht so lange. Auf der Pfütze, aber wir haben ja dann Fliegen im Start. Na gut, wir haben uns ein bisschen abgesetzt von den Gegnern. Das ist auch sehr gut. Alle anderen sind hinter dir. Ich werde den Typen mal ein bisschen aufhalten. Gibt er ihn? Ne, natürlich nicht. Das ist gut. Aufpassen. Dann stoppt er jetzt hier noch. Ja okay, er hat ihn ein bisschen angeschoben. Dafür zeigt das, dass er keine Chance hat gegen uns. Da ist er noch. Hier wird mehr WC. Da hat er eigentlich nichts passieren. Ich bin ja eh schon in der letzten Runde. Ich bin ja eh schon in der letzten Runde. Ja, dann kommen wir in die Probe. Ich versuche ihn gleich mal ein, weil er sagt, dass er noch nicht geht. Ah, der hat es nicht geschafft. Okay. Das Ziel kommt schnell her! Ah, ich kann auch nicht hinwerfen. Seiner. Du schaffst. Mist. Ich weiß es nicht, weil wir es freigeschaltet haben. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Schade. Nein. Ich stelle jetzt nicht hin. So. Na gut, die anderen Gebiete sind nicht so tragisch. So. Hm. Mal fallen mir schnell. Drift trennen. Wir können doch im nächsten Part schon Ruhe herausfordern. Wir haben jetzt noch zwei dran. Wir haben jetzt noch zwei dran. Ja. Ja. Die dritte hin. Wie gut. Wir schleifen euch mal auf? Das ist schnell! Nein! Erweckte. Erweckte schon ab. Nein! Come on! Er ist der erste. Jetzt müssen wir jetzt da, aber es kommt. Sie sind so gut, da sind Sie nicht nur aufgewachsen. Erweckte das. Erweckte! Ich bin zuerst. Erweckte das. Erweckte das. Erweckte das. Erweckte das. Erweckte das. Erweckte das. Ich habe auch noch einen Kauper. Niemand warten. Ich habe noch einen Stuhl. Ich hoffe es sieht gar nicht aus. 1,3 Sputchen ist eigentlich schon. Wir müssen nochmal starten. Ich habe auch zu viele Punkte liegen gelassen. Ich habe meine ich hier Transparen. Ich weiß es, ich habe keine Bälle! Ich habe diese auch Comparenz. Ich bin da, ich bin da! Sparenz! So, jetzt schauen wir wieder mal los. Ja, das ist wieder perfekt geschlossen. Ich kann jetzt noch einmal hin. Nein! Nein, man ist ja immer in der Wand. Mann! Doppelte Buchzahlen. Mirsch. Ich habe vergessen. Ja. Nein. Ne. Das kann ja nicht sein. Ne. Ich hol mal einen neuen Wagen. Führst du dann. Mann. 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 Ja, das ist ja noch der größte Schöne. Und so ist es ja wahrscheinlich. Schönen Tag. So, die Räder. Die erste Räder zu, die Räder sind. Oh, ein Fertig! ... und dann... ... und dann... ... und dann... Neh, ich kann schon mal. Alter, kann doch nicht sein. Alter, kann doch nicht sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh nein, so ist er mir sehr gut. Das muss ich bitte nicht. Das muss ich bitte nicht. Das muss ich schon ein bisschen verjetzt. Dieses Versuch bleibt sehr gut. Viel besser. Das sind 700.000. Das ist machbar. Das muss ich einfach noch machen. Ich strecke hin. Dann kriegt das noch alles. 1000 Punkte schon. Hier ist es. Hier geht doch. das war hart so was haben wir freigeschaltet dachspoiler und haben jetzt alle gebiete sehr nice ja wolf will uns jetzt herausfordern wollen wir aber noch nicht so leute dann würde ich sagen beendet der part der schausch hat euch gefallen in den nächsten part machen wir dann wolf oder ja wolf ne kontrollpunkt haben wir ja noch was ich glaube ich sagen wir machen dann die zerrennen in den nächsten part also zuerst den boss rennen und danach das und ja leute wenn es euch gefallen dann könnt ihr gerne daumen umgeben und bis zum nächsten mal von nie for speed carbon dann fege ich euch den daumen nach oben natürlich